Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute, Charlotte gegen Sasha geht für immer, Sorge um John Cena und wird es bald Indie-Shows auf dem WWE Network geben. Wir beginnen heute mit Mickie James. Diese hatte ja vor kurzem erst bei NXT TakeOver ein Match gegen Asuka und die Offiziellen waren darüber so begeistert, dass sie sich sofort nach diesem Event mit ihr zusammengesetzt haben, um einen Vertrag auszuarbeiten. Hier ganz wichtig, dieser Vertrag gilt nicht für NXT, sondern für die Main-Shows. Ob jetzt für Raw oder SmackDown, ist zwar noch nicht raus, dennoch ist es für die Main-Shows. Und jetzt fehlt nur noch eine kleine Sache und zwar die Unterschrift von Mickie James. Und dann wäre sie auch wieder Vollzeit-Wrestlerin in der WWE. WWE hat jetzt bekannt gegeben, dass auch die Wyatt Family ihren SmackDown-Tag-Team-Titel unter der Freebird-Rule verteidigen wird. Das heißt, obwohl Bray Wyatt und Randy Orton den Titel gewonnen haben, darf auch Luke Harper den Titel verteidigen. Genauso macht man das momentan auch mit Xavier Woods, Kofi Kingston und Big E, also New Day. Denn hier haben ursprünglich auch Kofi Kingston und Big E den Titel gewonnen. Aber Xavier Woods hat über die nun mal schon sehr lange Zeit schon häufiger den Titel auch verteidigen dürfen. Mal eben noch ein paar Kete kriegt. Im Moment gibt es Gespräche darüber, NXT ab 2017 live auf dem WWE-Network auszustrahlen. Allerdings gibt es hier aber noch einige logistische Probleme dabei. Denn die Kosten, um das Ganze durchzusetzen, wären enorm hoch im Vergleich zu dem, was man dazu rauskriegt. Denn man müsste ja extra für die eine Stunde NXT alle Talente dahin fliegen lassen. Und man geht auch nicht davon aus, dass wenn man jetzt von dem aktuellen Taping-System weggeht zum Live-Programm bei NXT, dass es dadurch viel mehr Abonnentenzahlen für das Network geben sollte. Somit rechnet sich das eigentlich nicht wirklich, obwohl man plant im Jahr 2017 NXT auf jeden Fall noch ein bisschen aufzupimmen. Viele fragen mich immer wieder nach Paige. Dazu gibt es jetzt auch ein Update. Diese ist nämlich jetzt kurz vor dem Auslaufen der 60-Tage-Suspendierung wegen ihrem zweiten Wellness-Policy-Verstoß. Denn am 9.12. läuft das Ganze aus und sie könnte theoretisch wieder eingesetzt werden, wenn sie nicht verletzt wäre. Sie hatte nämlich in den letzten Monaten sehr viele Nackenprobleme, weshalb sie sich auch im Oktober operieren ließ. Jetzt, so sind die aktuellen Pläne, möchte man aber Paige trotzdem eine Non-Wrestling-Rolle bei Raw geben, um sie denn auch wieder in den Shows irgendwie zu involvieren. Und eigentlich würde sich die Frage stellen, warum macht man das, wenn sie eigentlich verletzt ist? Man sie aktuell ja großartig wahrscheinlich gar nicht braucht. Warum setzt man sie so krampfhaft irgendwie wieder ein? Und da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen spekulieren, denn da glaube ich eher, das liegt daran, dass ja Alberto del Rio, mit dem sie ja zusammen ist, gerade ziemlich viel bei Indie-Shows unterwegs ist und sie immer mitnimmt. Das heißt, auf Social-Media-Plattformen und so weiter tauchen immer wieder Bilder auf von Paige bei fremden Companies. Und ich glaube, dass man hier zwar nicht so richtig sagen will, ey, lass das mal, sondern eher so, naja, komm mal lieber wieder zurück und wir finden schon irgendwas für dich. Beim letzten Mal habe ich euch ja darüber berichtet, dass Jerry Lawler komplett aus dem WWE-Programm rausgenommen wurde, da die Raw- und Smackdown-Pre-Shows nicht mehr auf dem WWE-Network ausgestrahlt werden. Die aktuelle Pre-Show gab es nur noch auf YouTube und auch nur noch ein paar Minuten. Und die Frage ist ja auch, wenn Jerry Lawler jetzt nicht da ist, was ist denn jetzt eigentlich mit Lita? Und da hat der gute Jim Ross mal nachgefragt und rausbekommen, dass Lita auch ab sofort kein Teil mehr von der WWE ist und nicht mehr eingesetzt wird. Nachdem Sasha Banks erneut den Raw Women's Championship von Charlotte gewann, häuften sich im Internet die Memes darüber, wie häufig der Titel noch zwischen Charlotte und Sasha Banks hin und her wechselt. Und die ursprünglichen Pläne waren eigentlich, das jetzt zu beenden und jetzt Bayley ins Women's-Titel-Match zu schicken. Aber diese sind jetzt auch erstmal wieder verworfen, denn man wird noch ein weiteres Match zwischen Charlotte und Sasha Banks machen. Das liegt auch daran, dass Ric Flair ja einen neuen Vertrag unterzeichnet hat und man ihn auch wieder in diese Storyline einbauen kann. So haben sie ein Match bei Roadblock End of the Line und da war eigentlich die Idee, dass sie ein Leather-Match bestreiten sollten. Das wurde allerdings wieder verworfen, möglicherweise weil SmackDown jetzt schon zwei Leather-Matches hatte. Danach war die Diskussion, ob es ein Steel Cage-Match werden soll. Aber da sie ja erst vor kurzem bei Hell in a Cell ein Match hatten, würde das wahrscheinlich auch nicht so wirklich Sinn machen. Deshalb entschied man sich letztendlich für das 30-minütige Iron Man-Match. Und jetzt aber zu der Geschichte, warum das denn ewig gehen sollte. Denn es ist ja jetzt nur noch einmal, Sasha gewinnt und dann ist die Fede auch endgültig vorbei. Möchte man meinen. Aber Charlotte hat seit Juli 2015, also seitdem sie in die Main-Shows kam, eine Streak aufgebaut. Und zwar eine Pay-Per-View-Streak. Sie hat seit diesem Zeitpunkt nie bei einem WWE-Pay-Per-View verloren. Und die WWE möchte diese Streak auch weiter ausbauen. Das bedeutet, dass Charlotte bei Roadblock theoretisch wieder den Titel gewinnen könnte. Außer man macht einen Draw und macht dann nochmal ein Match. Aber es besteht ja auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man hier auch weitermacht. Und Charlotte hier nicht verliert. Vielleicht auch nicht gewinnt, aber erstmal nicht verliert. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ein paar Mal kann ich es mir noch geben. Aber so langsam reicht es auch, oder? Auch beim letzten Mal habe ich euch ja darüber berichtet, wie es momentan zwischen John Cena und der WWE aussieht. Und hier gibt es noch ein kleines Update dazu. Denn für 2017 sieht es nicht wirklich gut mit Cena aus. Es ist nämlich so, dass Cena momentan sehr viele Anfragen bekommt für alle möglichen Sachen, die nicht WWE sind. Und Cena auch, weil er es cool findet, sehr viele dieser Sachen annimmt. Und jetzt schaut man sich den nächsten exklusiven SmackDown-Pay-Per-View Elimination Chamber an und sieht, dass bei diesem Pay-Per-View, der am 12.02. stattfindet, John Cena nicht bestätigt ist. Das könnte möglicherweise heißen, dass auch in 2017 und schon am Anfang er wieder oder noch ausfallen wird. Und so auch hier kein Teil von der WWE sein wird. Auf jeden Fall nicht vor den TV-Kameras. Ursprünglich war ja geplant, dass er ein Match gegen den Undertaker bei WrestleMania bestreitet. Das wäre zwar immer noch möglich, da ja der Undertaker auch nicht so häufig da ist. Da muss man die Termine nur irgendwann mal treffen und dann passt es schon. Dennoch ist es halt irgendwie ein bisschen eigenartig, dass man Cena, der sonst immer da war, jetzt wirklich so selten noch sieht. Und dann zur großen Frage, wird es bald Independent Wrestling Shows auf dem WWE Network geben? Eigentlich standen wir schon mal so kurz davor, dass das klappen könnte. Aber wir kennen ja den guten Winz. Dieser hat sich nämlich vor kurzem dazu entschlossen, okay, wir versuchen das. Es wird Independent Wrestling Shows auf dem Network geben. Ihr habt dazu mein Okay, setzt euch mit den verschiedenen Promotions in Verbindung und versucht da irgendwelche Deals rauszuhauen. So weit, so gut. Welche Indie Shows es hier sein sollen, weiß man zwar nicht. Dennoch hatten die Offiziellen die Möglichkeit hier Verträge aufzusetzen. Beziehungsweise sich mit den Leuten an den Tisch zu setzen. Bis einige Tage später dann Vince McMahon doch wieder seine Meinung geändert hat, wie so oft, und hat sich dagegen entschieden. Es wird also vorerst dann doch keine Indie Shows geben, weil er glaubt, dass das auch nicht wirklich viele neue Abonnenten nach sich ziehen würde. Obwohl ich denke, doch. Es besteht ja aber trotzdem eine große Chance, dass Vince McMahon nochmal seine Meinung darüber ändert. Denn es gab eine Umfrage vor einiger Zeit, in der ein weiteres Bezahlungsmodell für das WWE Network vorgestellt wurde. Wo quasi einfach nur die Frage war, würdest du mehr Geld bezahlen, wenn Indie Shows auf dem WWE Network laufen würden. Da war nach die Rede von Ring of Honor und TNA. Und viele Leute wären wohl scheinbar bereit, das zu machen, weshalb es ja ursprünglich auch dazu kam, dass Vince sein Okay gab. Damit würde es zwar nicht mehr Abonnenten für das WWE Network geben, aber diese, die sie haben, würden mehr bezahlen. Was ja eigentlich auch gut ist. Und dann freuen sich natürlich die Leute darauf, Ring of Honor, TNA und New Japan und so weiter auf dem WWE Network gucken zu können. Das wäre zwar alles echt cool, aber ich denke eher, dass die WWE sich da in Richtung WWE beziehen wird. Denn die WWE und die WWE haben eine Kooperation. Deshalb sind ja auch Leute wie Johnny Gargano, Tony Nese und so relativ gut von Evolve zur WWE gekommen. Und die WWE ist so ein Mutterkonzern, wo einige Wrestling Promotions drunter stehen. Da wäre nämlich hier die Möglichkeit, dass man genau diese denn für das WWE Network nimmt. Das klingt auf jeden Fall erstmal realistischer als Ring of Honor, die ja eigentlich so ein bisschen jetzt in Konkurrenz stehen. Wenn auch nur so ein bisschen. Also da gäbe es eher die Möglichkeit, dass wir Evolve, Dragon Gate, Shine und wie sie nicht alle heißen, dass wir diese Promotions auf dem Network sehen. Man kann also weiterhin gespannt sein, wie das aussehen würde. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr zahlen würdet für Indie Promotions. Ansonsten nochmal hier ein kleines bisschen Werbung für WrestleCrate UK. Da geht es nämlich wieder in den nächsten Monat. Falls ihr also denn auch eure WrestleCrate Box haben wollt, denkt an den Gutscheincode MartinSendMe. Damit bekommt ihr nämlich 10% Rabatt auf die Box. Also schaut da mal vorbei. Link ist in der Infobeschreibung. Und dann noch eine Sache. Im Moment beschweren sich immer mehr YouTuber und auch Zuschauer darüber, dass YouTube nicht mehr alle Videos von allen Kanälen, die ihr abonniert habt, in den Feed haut. Das heißt, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn ihr neben dem Abonnieren-Button mal diese Glocke aktivieren würdet. Dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung darüber, dass mein Video online ist und könnt das dann auch gleich gucken. Das ist eine ziemlich gute Sache, wenn YouTubes Algorithmus da manchmal rumspinnt. Jemand hat mir nämlich auch unter meine TLC-Review geschrieben, dass er dieses Video nicht in seinem Feed hatte. Und das ist natürlich echt scheiße für Zuschauer und YouTuber. Also hau auf jeden Fall mal die Glocke an und dann sollte das kein Problem mehr sein. Ja, auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, dann gib mir doch wieder mal einen Daumen nach oben. Vergiss auch nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren mit der Glocke und so weiter. Das kannst du auch hier übrigens machen, den Kanal abonnieren. Darunter gibt es meinen Gaming-Kanal. Hier gibt es alle Social-Media-Kanäle. Die gibt es auch in der Videobeschreibung. Hier gibt es mein letztes Video. Klickt auf jeden Fall noch rein. Und das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.